Wir erwarten nur frische, hippe Strategien, die unseren Marktanteil erhöhen werden. Wie der Zufall es so will, habe ich genau das Richtige für Sie. Hier ist eine Ihrer Zigaretten. Sehen Sie sich die genau an. Sie ist blass, klein und ein bisschen krumm. Kurz, nicht akzeptabel. Verheißt so etwas Befriedigung für unsere Kunden? Wohl eher nicht. Haben Sie sich schon mal gefragt, wie viele Schwarze sich sowas in den Mund stecken wollen? Jedenfalls nicht viele. Wir müssen unsere Produkte mit dem Verlangen schwarzer Konsumenten abstimmen. Hier präsentiere ich Ihnen den Fetty. Er hat diesen handgedrehten Look und gibt einem das Gefühl, dass bei der heutigen schwarzen Jugend zu populär ist. Er ist gewaltig. Er verspricht langen, anhaltenden Genuss. Man vergnügt sich wieder und wieder und wieder. Ich muss mal eine rauchen. Ja, gut.